Ich schwöre euch Leute, das hier wird eines der geilsten Videos, was ich in den letzten Monaten gemacht habe. Gönnt es euch komplett, aber vorher muss ich euch eine Kleinigkeit mitteilen, auf die ich auch lange gewartet habe. Leute, ich habe mir das immer gewünscht und es hat zweieinhalb Jahre gedauert, dass es erhört wurde. Aber endlich ist es da. Level Up ohne Koffein. Die Hydration Drinks sind endlich da. Für alle, die noch junger sind, ein normales Level Up, zu Recht nicht getrunken haben. Oder für Leute, die spätabends noch einen trinken wollen, weil sie den Geschmack lieben, dazu zähle ich mich. Oder für alle, die einen getrunken haben und nicht noch einen trinken können, weil die dann so eine Koffein-Überdosis hätten. Gibt es jetzt in kleinen Dosen und in großen Dosen. Die Bestseller Galaxy, Bubble Boom und Shiny Fox ab dem 7.03.18 Uhr zu kaufen. Und ihr habt einen Haufen von Vitaminen noch drin. Hier in Galaxy habt ihr 0,33 Gramm Zucker auf 8 Gramm. Die 8 Gramm ist eine große Portion, die man auf 500 Milliliter Wasser auflöst. Ich selbst benutze nur 4 bis 5 Gramm, aber gehen wir mal von 8 Gramm aus. Was für mich zu süß ist, aber gehen wir mal davon aus. Dann hätten wir in 500 Milliliter mit einer großen Portion über 140 mal weniger Zucker als in 500 Milliliter Cola. Okay? Also hier ist so gut wie kein Zucker drin. Es ist ein Erfrischungsgetränk, wenn ihr einfach Bock auf den Geschmack habt. Und macht es mit Eiswürfen und eiskaltem Wasser, sonst kriege ich eure Mütter. Sie haben mich ja hört, das Ganze geht ab 7.03. online. Mit Cold Haptic kriegt ihr in der ersten Woche auch noch 15% anstatt 5%. Ihr könnt gerne zuschlagen und mich dabei unterstützen und jetzt ab ins Video. Depot ist vorgestellt, so ein Schmutz, Alter. Ja, okay, auf welcher Map wollen wir es machen? Nuketown? Nee, wir hassen Nuketown. Wie kann man Nuketown hassen? Nein, wir machen es nicht was. Es würde wirklich krass cringe rüberkommen, oder? Mach du mal mein Intro. Ich bin mal aufgeregt. Ich muss die ganze Zeit lachen. Guck mich nicht so an. Leht euch zurück und gönnt euch. Leht euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier. Leht euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier. Alle Prestige 2. Ich habe noch nie so viel Prestige 2 auf einmal gesehen. Und Anthony hat die deutsche Reichsmack. Und Zero Beleidigen. Ja, das ist ein typisches BO4-Video. Einfach Zero Beleidigen. Tochter. Für alle Leute, die nicht wissen, was wir hier machen. Okay. Jeder spielt Herrschaft und wer die meisten Kills hat, gewinnt. Wir wissen aber noch nicht, was der, der wenig Kills hat, quasi als Strafe bekommt. Aber das müssen wir dann... Oh Gott. Ganze Welt. Tot. VMP! Prototyp, deine Dreckige. Nein. Ich komme direkt von WoWZone. Das ist so schlimm. Direkt von WoWZone. Das ist jetzt keine Ausrede. Aber ich habe den ganzen Tag WoWZone gespielt. Deshalb wird mein Aim so sein wie jetzt. Oh nein. Mantelträger. VMP! VMP! Was? Das hat so VMP-schieden. Zwei Gunfight, zwei VMPs. Das ist so schlimm. Das hat so ein bisschen Druck, ne? Der fühlt sich jetzt ein bisschen... Halt die Ferne. Das brauche ich gleich. Noch mehr VMP! Alle drei spielen VMP! Alle Drei! Nein, 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 wir wechseln. Wir wechseln, wir wechseln. Hey, warum? Weil alle VMP spielen! Ja, wahrscheinlich... Warum bin ich aggressiv? Ich muss ganz ruhig bleiben. Ich weiß auch nicht. Ich muss ruhig bleiben. Du bist aus allen Richtungen geballert. Guck dir den Feed an. Guck dir den Feed an. Guck dir den Feed an. Guck dir den Feed an! Kürze... Kürze... Basti, zwei zu sieben. Zwei zu drei. Zwei zu neun. Eins zu sechs. Ja, ich gehe raus. HUSONE! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So fähig auf Pogott, ja. Genau so. Das ist ein Krabben. Das ist ein Krabben. Das war eine Krabbe? Nein! Warte da! Oh! Nein, das ist ne gute Lobby. Das ist ne gute Lobby. Friturpan, Digga! Das ist so ne Krabbe! So ne Knossis! Ich muss mich kurz ertreten. Oh! Du musst dich einmal angeschossen bis jetzt. Nein, nein, nein! Hier! Nein! Er prefeuert! Ja! So! Geil Lobby! Hallo! Hahaha! Hier in diesen Raum gelaufen ist! Hallo, Joe! Ohne was zu machen! Die sagen alle Hallo! Das sind die Besten geworden. Irgendwie habe ich das Gefühl... Nee, wegen Woza habe ich das Gefühl, dass die Leute irgendwie... Dein Floor kommt. Firebreak ist ausgeschaltet. Einmal nur den Floor kommt. Ja. Wie konnte du jemanden gehen würdest? Ja, dich nicht. Du kriegst auch eine Ikea! Juhu, der Typ hat auch... Bro! Ich schwöre, das ist Bullshit! Und den Side-On gegen mir. Nein, nicht so. Nicht so. Ich bin nicht da, wo sie gehört. Uh, 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 uh. Warum kommt der jetzt zurück? Pssst! Wieder der... Drohne? So wollt ihr euch Angst. Der ist gruselig, oder? Der ist echt gruselig, weil der eine Bursthofer hat. Der ist irgendwie nicht gut, aber trotzdem... Er hat Geist. Er hat Geist. Er hat Geist auch noch mit der Bursthofer. Jetzt muss ich die Streaks holen. Bitte geh down, bitte geh down. Pssst! Baller ihn, komm! Rechts, links! Nein! Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein! Spring! Digga, er ist der Beste, er spitt VMP. Wo hat er die ausgepackt? Wo hat der Sohn seine scheiß VMP ausgepackt? Guck mal, es ist so ruhig. Ich werde so sterben, wenn ich hier rausgehe. Das ist so ein... Feindliches Scharfschützen-Nest. Die haben Scharfschützen-Nest. Die haben Scharfschützen-Nest. Guck dir das an! Guck dir das doch mal! Nein! Ich hab sowas noch nie in meinem Leben... Das kannst du, das kannst du nicht! Und auch noch Kriegsmaschinen! Ich weiß nicht, was passiert ist bei dir. Die Lobby ist zusammengebrochen. Und oben, ja. Du hast noch eine Halbzeit. Fritteur-Pan! 0-3-0! 27-15! Wie hat der seinen Streak bekommen? Ohne Biss! Dieser Clip... Ich weiß nicht, ob ich das war. Du bist verbrannt und dann kommt dieses Strom in. Du gehst immer hier Grey. Pullst den Kill. Siehst, dass jemand da hinten spawnen? Nein! Guck's dir doch mal an! Guck's dir an! Äh... Ziel erledigt! So, jetzt wär ich. Ich werd Fullstreaks holen. Ja, ne? Guck mal! Die spielen alle eklig! Die spielen alle eklig! Guck, jeder Gunfight! Ich bin immer weak, wenn ich sie sehe irgendwie. In dem Moment, guck! Die wissen immer, wo ich bin! Du kannst noch reingehen! Der ist süß! Der ist ein süßer! Guck, jeder Gunfight! Warum bin ich weak? Die sind alle schlecht! Es macht keinen Sinn! Es macht keinen Sinn! Warum bin ich weak? Erklär's mir, Game! Ich hätte jetzt einmal die Streaks bekommen müssen. Das Game wolltest du mir grad erklären. Guck sie an! Ich schwöre, der Schluck! Das war der Beweis! Das war der Beweis! Entweder die haben Leben oder der Kon. Nein, jetzt kommen sie wieder aus! Die kommen wieder! Nein! Oh! Die hangen dich so sehr! Die hangen dich so sehr! Und deine Fates machen nichts! Du musst halt auf B gehen, ne? Oh nein! Der Double Cap hilft jetzt echt! Okay, ich bin kurzer Scharfschützen, Eli! Komm rein! Du bist mein Kill! Ja! Na! Die Zeit ist knapp! Ich geh auf C! Machst du Triple Cap? Ja! Musst du! Muss ich! Soll ich die Streaks noch fertig machen? Warte! Müsst du eigentlich Streaks haben! Oh mein Gott! Grad noch so viele Kills! Guck mal die Teammates! Das war so richtig! Schon wieder der Typ! Sei ehrlich Kryptonit! Sehr so wieder der Typ! Aber gefickt! Triple Cap! Oh mein Gott! Das ist so huge! Basti, das ist so huge gerade! Das ist so huge! Ja, ja! Die können auch kein B holen! Let's go! Die können auch kein C holen! Das ist huge! Die können sogar ein Comeback so machen! Du machst wirklich maximal das Ending! Komm, die sichern das C! Da oben! Die können nicht sichern! Die können nicht sichern! Oh mein Gott! Machen die Streaks oder was? Let's go! Der geht auf B! Guter Junge! Guter Junge! Was? 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 Mich hat ein Gesicht gekillt! Das sah doch so aus wie so ein trauriges Gesicht! Ich bin jetzt aufgeregt! Schwere, ich bin nervöser als angegriffen gerade! Guck mal! Aber ich werde in jedem Gunfight Week! Das ist die komischste Lobby, die ich jemals gespielt habe! 77 Kills! Du hast noch echt gut aufgeholt! Du kannst auf den Stuhl! Du bist gerade so zufrieden! Ja! Let's go! Deine Stimmung war zwischendrin eins vor! Ich habe keinen Bock auf nichts mehr! Du kannst in ein Game reingehen und in der ersten Minute rausgehen! So wie ich in meiner Lobby rausgegangen bin! Nein! Nicht ändern! Den glücklichen Koffer! Der Toten! Boah! Die sind nicht gut! Das Wasser! Nice aim! Wally! Gute Arbeit gemacht! Okay! Da kommt einer in die Ringe hoch! Ja! Hallo! Wenn du noch mal rausgehen willst, kannst du jetzt rausgehen! Ich bin rausgeleckt! Aber jetzt musst du die nächste Lobby nehmen! Frischrunde! Vamos! 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 Zeig die Level! Nein! Ich guck nicht! Ich will mich nicht verunsicher lassen! Schön! Ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Viel zu nett zu mir! Wir sind eigentlich Feinde! Ich werde eh gewinnen! Ich bin drin! Toda! Der Breakin aus Versehen! Oh nein! Oh nein! Was? Ich saugt halt auf Distanz ist scheisse! Ja! Das ist gut! Wir spawnen auf dir! Ich... 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 Ich check nicht was es war! Ich bin sie im Case nach 20 Punkten! Ich habe aber auch so gespielt! Du bist ausgerechnet! Komm! Du hast Zeit! Ich bin... Darf ich nicht raus? Das denkt denk ich wie er ist ne? Mein Aim ist komplett scheisse! Ich vereng... Was war das denn? Keine Ahnung! Ich überlege ob ich irgendwas ändern soll! Kurz so ein wütender Botch! Das fühlt sich so komisch an! Das ist 1-Tot! Komm her du Hure! Ich bin besser als 2 Punkten! HHHHHH! HAHAHA! Ich bin drinnen, ich bin drinnen, jetzt wär ich drinnen. Sehr rough enemy. Wo kommt er her? Ah, Sophie, ich war überfordert. Mann, ich war überfordert. Was war das für ein Gang? Ich war überfordert. 12 Keys! Easy, easy. Schön. Noch eine. Ganz ruhig, Basti, du schippert hier. Ja, ist gut. Auf einmal alle! Easy. 20, 8. Ey, 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 der Sweater ist raus, guck mal. Du hast eine gute Lobby jetzt. Auch wenn du ganz genau weißt, dass ich gewonnen habe, aber du musst an dich glauben. Guck mal. Digger. Schön. Schön. Wieso? Nein, nein, nein. Oh! Ah! Ich lebe noch. Ah! Wenn du Fullstreaks hast, kriegst. Basti. Ich war so einfach gern falsch. Es sind noch mehr. Leute, denke ich mein erstes COD. Die können ja auf deinen Kanal gehen und abchecken, wie du eigentlich spielst. Ich spiel so scheiße. Ja! 35 Keys! Nein, hast du aufgegeben. Hilf mir bitte. Ich brauche Hilfe. Mann! Ah! Guck dir den Gegner an, Bro. Das kann nicht an der Lobby liegen. Ich weiß. Ich wäre einfach so schlecht gewesen. Er ist kaputt, meine Damen und Herren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Checkt gerne ein basses Kanal aus und checkt, wie ihr eigentlich spielt. Ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Like da. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann. Out! Hey! Abonnieren hoo! Abonnieren Tja! anh Ey experienced! ап